Naja, wir hatten also die Idee der Straßenbahn entsteht, ist sozusagen letztes Jahr aus unserer Zusammenarbeit entstanden, dass alle unsere Mitarbeiter ja kostenfrei den Nachverkehr nutzen können. Und in diesem Paket war sozusagen die Aussage von dem Nachverkehr, dann bekommt ihr auch eine Straßenbahn zum Bekleben. Und dann haben wir tatsächlich sehr lange überlegt, was kleben wir da auf. Nur Helios ist ja irgendwie auch manchmal dann vielleicht ein bisschen langweilig. Und wir wollten auch, dass die Mitarbeiter sich irgendwie damit identifizieren können. Jetzt finden Sie mal was, wo sich tausende von Mitarbeitern irgendwie selbst verwirklichen können. Und die Idee waren halt diese Fingerabdrücke. Das heißt, man kann wirklich jeden einzelnen Fingerabdruck erkennen und jeder Fingerabdruck steht für einen Mitarbeiter. Und die Mitarbeiter hatten halt die Aufgabe, ihre Finger auf ein Stück Papier zu drücken und dann ein Bild daraus zu malen. Und die Summe der Bilder sehen Sie jetzt hier innen und außen. Also Helios ist ja einer unserer Großkunden im Jobticket. Und wir haben ein sehr klasse Team, was das vorbereitet hat. Wir sind jetzt seit zwei Jahren Partner. Das zweite Jahr ist verlängert für das Jobticket. Das heißt, wir fahren unsere Fahrgäste, aber auch die Leute, die ins Krankenhaus müssen, aber auch die Mitarbeitenden in das Helios Klinikum permanent dorthin. Das ist ein wichtiges Ziel. Das kann man auch sehen. Und so eine Straßenbahn ist die größte Werbefläche in dieser Stadt mit 60 Metern und sie fährt überall. Wir freuen uns, dass das fertig ist und dass aus den Sachen, die wir besprochen haben, etwas geworden ist. Das ist einfach gut.